hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge let's play pokémon rubin leider sieht man es schon es ist nur ein zeitraffer das audio file ist leider verloren gegangen ich weiß nicht wo es was passiert ist es kann sein dass ich es auszusehen überschrieben habe oder sonstiges es wird jetzt als zeitraffer diese folge kommen dass ihr seht was so ungefähr passiert ist wir haben auch ein bisschen darüber geredet dass wir den server ausprobiert hatten auf 1 8 aber das ja dann von uns als nicht so gut erachtet wurde ja nachher kommt dann 17 uhr voraussichtlich noch eine zweite folge mit dem mit einem regulären partner noch sagen dann vorgezogen ist ich wünsche dann viel spaß tschüss so 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 so